Herzlich Willkommen zum ImmoFriday, heute mit einem ganz besonderen Objekt im Herzen von Nierstein. Das Winzerhaus, schon seit über 35 Jahren im Familienbetrieb von Familie Carlino. Das Objekt teilt sich auf in verschiedene Bereiche. Das Restaurant bietet Platz für über 100 Gästen. Ein weiteres Highlight des Objektes ist eine 4-Zimmer-Küche-Badwohnung, welche vom Betreiber selbst genutzt werden kann. Ein großer Veranstaltungsraum bietet Platz für Events wie Firmenveranstaltungen, Geburtstage, Hochzeiten und Taufen. Ein eigener Zugang sowie eine eigene Theke und Terrasse runden diesen Veranstaltungsraum ab. Das traditionelle und umsatzstarke Gasthaus sucht ab sofort einen neuen Eigentümer, der diese Niersteiner Instanz mit Herz weiterführt oder umbaut. Wir hoffen auf eure Unterstützung. Liked, teilt und kommentiert diesen Beitrag, um die Tradition fortführen zu können. Vielen Dank, euer Team von der Firma Wohnfinanz, der etwas andere Makler. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.